Deine Mutter. Gude. Servus. Hola. Servus. Ready to rock. Wir sind jetzt gestartet in dies. Benni übernimmt die erste Fahrrad-Schicht. METEUR! METEUR! Wir haben jetzt glorreiche 800 Kilometer. Die erste Schau ist in Kijov. Das ist unser kleiner Bus. Ich hab jahrelang gesprintet, Mann. Ich war bei der deutschen Meisterschaft. Ich war Maschiner, Alter. Das ist kein Chance. Deswegen hast du auch Maschinenbau studiert, gell? Um deinen Körper besser zu verstehen. Du das! Yes! Wuuuh! Just, come on. Check it out. Es gibt bestimmt eine Ersatzfront. Ich bin Vitali, euer polnischer Busfahrer. Ja, wir haben es 80 Kilometer weit geschafft. Dann musste der erste pinkeln, weil er sich schon ein Bier genehmigt hat. Wir müssen das jetzt einsparen, weil wir haben heute eine sehr, sehr lange Strecke vor uns. Wir haben 800 stolze Kilometer vor uns. Also jetzt noch 720. Aber das schaffen wir. Wir gucken uns jetzt unseren supergeilen Vane an. Angefangen vorne. Hier haben wir einen Sitzplatz und noch einen vollen Sitzplatz. Unsere supergeile Steckerleiste. Navigationssystem. Und sonst ist hier einfach nichts drin, weil dieses Auto nichts kann. Es hat eine verstellbare Armlehne. Geil! Das ist Hammer. Und so ein riesiges Handschuhfach. So, hier. Hier sitzt Chris und hier sitze ich. Und in der Mitte haben wir ein bisschen Platz. Hinten sitzen auch noch mal zwei. Gerade nicht so gut vorstellbar, wie hier zwei Leute hinpassen, aber geht schon. Aber wir haben eine hohe Decke. Das ist ganz cool. Und hinten drin, das sieht man jetzt nicht, da ist Gepäckdrener. Es ist verdunkelt. Geiles Auto, man. Venom hier. Was ist das für eine Musikrichtung? Gar keine. Das ist Kampfsport. Leidero! Wow! Ich gehe auf den Kinderspielplatz! Wer kommt mit auf den Spielplatz? Geil, Alter. Nordsee Feeling! Geil. Tja, 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 was hat so greifen mehr Sinn, also eigentlich macht ihr ja das, das ist 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 ja das. Hi Andy! We are! We are! We are! Don't lose your heart, it's a live one! Untertitelung des ZDF, 2020 1 mehr Sonnen! 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 Okay, ich muss meine Inna ready. 1 mehr Sonnen! Okay, ihr seid auf Kamera! Ich liebe euch, Mom! Ich bin TV, Mom! FGV! 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 So, ihr habt einen Freund, ja? Ihr habt einen Freund? FGV! 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 Oh, nice!